Leute, sehen wir den Launch des allerersten Bitcoin Spot ETFs bereits in weniger als 83 Tagen? Gestern hat sich Gary Gensler höchstpersönlich zum aktuellen Stand der Anträge geäußert, was er gesagt hat und vor allem, wieso ich davon ausgehe, dass der erste Bitcoin Spot ETF in weniger als 83 Tagen gelauncht wird, nicht kann. Das verrate ich dir im heutigen Video. Und noch einmal eine kurze Erklärung zum genauen Unterschied zwischen Spot ETF und Futures ETF, was der Spot ETF mit sich bringen wird und vor allem, welcher Aktientitel davon massivst profitieren wird, erfährst du alles im heutigen Video. Falls es dir gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Falls du neu hier bist auf der Crypto Wall Street, lass gerne das kostenlose Abo da. Starte jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in den Trading Tag und verpasse definitiv keiner dieser wichtigen Analysen mehr. Große Shoutout an die Community, vielen, vielen Dank für die nächste Abo Marke 9600. Lasst uns weiter Gas geben und damit starten wir jetzt. Let's go! Und damit wieder einmal herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street, dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und heute mit einem dedizierten Video zum Bitcoin Spot ETF. Denn Leute, ihr seht es bereits im Hintergrund, der Countdown läuft. Noch 82 Tage und 14 Stunden. Wie ich darauf komme, das erfährst du jetzt doch zu Beginn erst einmal zu den Breaking News rund um Gary Gensler. Denn dieser Kollege hat sich gestern live from Capitol Hill zum aktuellen Stand der Bitcoin Spot ETF Anträge geäußert. Lasst uns da kurz einmal gemeinsam reinhören, was er zu Besten gegeben hat. The staff and ultimately the commission is considering for what's called exchange traded products for for Bitcoin to be in a security. So the Bitcoin would be held and then there would be something called an exchange traded product and that would trade on various stock exchanges. Habt ihr seine Worte gehört, Leute? Kurz zusammengefasst, es ist definitiv nichts Neues. Der erste Absatz, den darüber spricht, die SEC is considering, also zieht in Betracht einen Bitcoin Spot ETF zu genehmigen. Seine zweite Aussage war folgende. In diesem Fall ist ein ETF eine sogenannte Security, ein Wertpapier. Und er schmunzelt dabei, freut sich Bitcoin ist a Security. In diesem Fall dadurch, dass Bitcoins eingekauft werden müssen für diesen Spot ETF. Und dieser ETF selber ist dann letzten Endes an für sich ein Bitcoin Wertpapier, das direkt an den Spotpreis geknüpft ist. Wir gehen auch gleich nochmal auf den markanten Unterschied ein. Hier aber ganz, ganz wichtig, Leute. Was hat sich geändert? In diesem Fall seine Language, seine Sprache, seinen Tone, Tonalität. Vorher Gary Gensler. Massivs Contra gegen Bitcoin, Krypto und letzten Endes die Spot ETFs. Doch das hat sich anscheinend gewandelt. Wieso, weshalb, warum? Nicht zuletzt durch den Loss im Gerichtsverfahren gegen Grayscale, was letzten Endes ausbesagt hat, dass die SEC noch einmal in die Prüfung gehen muss. Es war nicht legitim, diesen Bitcoin Spot ETF so abzulehnen, beziehungsweise die Umwandlung von Grayscale Bitcoin Trust in einen ETF. Und in diesem Fall ist es, dass das Court auch gesagt hat, having a futures Bitcoin ETF and not a spot ETF makes intellectually zero sense. Müsst ihr euch mal vorstellen, futures ETF können gehebelt werden mit verschiedensten Hebelpositionen. Ein 2er, 3er, 4er, 5er Hebel sei es da mal hingestellt. Viel, viel riskanter als letzten Endes ein Bitcoin Spot ETF, denn der ist natürlich geknüpft an den Spotpreis. Doch in diesem Fall hat das Gericht hier das Ganze ganz klar abgeschmettert. That put the SEC on the back foot. Und vor allem hat jetzt die SEC am letzten Freitag kein Appeal dagegen eingelegt. Sie müssen also noch einmal in den Review gehen. Also noch einmal prüfen den Antrag von Grayscale, ob es nicht doch legitim ist, diesen Trust in ein ETF umzuwandeln, Leute. Und da kommt es jetzt. Dieser ETF, der steht näher bevor, als die Masse der Marktteilnehmer denkt. Schauen wir uns dazu noch einmal folgende Tabelle im Detail an. Warum folgende Tabelle? Weil immens viele falsche Tabellen weiterhin kursieren. Und veraltete Tabellen, doch hier haben wir eine brandaktuelle Tabelle von James Seifert, höchstpersönlich Bloomberg Intelligence. Und hier sehen wir die aktuellen Deadlines. In diesem Fall schauen wir uns kurz einmal an. Grayscale Bitcoin Trust Refiling. Alle Deadlines bereits gerissen. Es kam zum Gerichtsverfahren. Es wurde vom Gericht bestätigt. Die SEC muss noch einmal reviewen, was sie jetzt gerade machen. Eine neue Deadline steht noch aus, die von der SEC bekannt gegeben werden muss. Doch das sollte in Kürze erfolgen. Wenn es dazu Neuigkeiten gibt, werde ich euch updaten. Jetzt aber höchst spannend, Leute. Schauen wir uns einmal kurz an, was die nächsten Deadlines so sind. In diesem Fall am 17.11. von Hashtags Bitcoin ETF und Franklin Bitcoin ETF. Ich gehe stark davon aus, dass in diesem Fall diese Anträge hier, in diesem Fall die Entscheidung weiterhin nach hinten verzögert wird. Genauso wie zuletzt bei der Masse der ganzen Anträge, die kurz vorm Government Shutdown, kurz vor Oktober noch einmal alle nach hinten gezogen worden sind. Also die gesamte Second Deadline für den iShares, also Blackrocks Bitcoin ETF und diverse weitere, wurden noch einmal nach hinten verlagert. Und hier steht der 15. bzw. 14.1. im Blickfeld. Ebenfalls noch Global X Bitcoin Trust, 21.11. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier dann eine Bestätigung schon bekommen. Ich gehe auch hier von einer Verzögerung aus. Aber ganz wichtig, Leute. Weniger als 83 Tage. Es kann durchaus sein, dass wir innerhalb der nächsten Wochen, Tage, was weiß ich was, aber innerhalb dieser 83 Tage diese Entscheidung bekommen. Wieso? Wenn wir uns die nächste signifikante Deadline einmal anschauen, dann ist das der 10.1. hier für ARK Invest. Und in diesem Fall kann die SEC die Entscheidung nicht weiter nach hinten hinaus verzögern als den 10.1. Denn wenn sie am 10.1. das Ding absagt, wieso sollte denn die SEC dann am 15.14.1. das Ganze genehmigen, beziehungsweise dann noch im März das Ganze genehmigen? Wenn ein ETF abgelehnt wird, warum sollten dann die anderen akzeptiert werden? Ich gehe stark davon aus, wenn ein ETF kommt, dann kommen alle gemeinsam. Und aller, aller spätestens sehen wir diese Genehmigung vom Bitcoin Spot ETF am 10.1. Lasst mich einmal gerne dazu wissen, was ihr darüber denkt. Gerne in die Kommentare reinschreiben. Seht ihr das ähnlich? Seht ihr das vielleicht vollkommen anders? Habe ich irgendwas nicht auf dem Schirm? Gib mir gerne das Feedback. Würde mich darüber freuen. Und falls du darüber diskutieren möchtest, gemeinsam mit unserer Community, dann kann ich dir immer nur wärmstens ans Herz legen. Unsere kostenlose Telegram-Gruppe. Mittlerweile über 2338 Mitglieder hiermit vorhanden. Gleichgesinnte, kryptoaffine Menschen, Investoren, Trader. Wir tauschen uns hier tagtäglich über die aktuellen Ereignisse im Kryptomarkt aus. Und vor allem kriegst du jede Menge Chart-Analysen zu aktuellen Trading-Setups. Und hast natürlich auch die Möglichkeit, mit mir in die Interaktion zwischen diesen Videos zu treten. Von daher unbedingt einmal vorbeischauen. Link findest du in der Videobeschreibung. Und eben habe ich noch etwas zu Beginn sehr, sehr Signifikantes gesagt. Was rechne ich letzten Endes für den Bitcoin-Preis? Falls du eine kurzfristige Analyse brauchst, schau ebenfalls auf meinem YouTube-Kanal im letzten Video vorbei. Da bin ich tief in die Analyse, sämtliche Timeframes einmal eingestiegen. Ich rechne natürlich damit, wenn dieser Bitcoin-Spot-ETF kommt. Wir haben mit dieser Fake-News-Meldung letzten Montag bereits diesen ersten Vorgeschmack bekommen, dass wir einen deutlichen Pump hier auf dem Kryptomarkt sehen sollten. Und vor allem sollten wir langfristig mittel- bis langfristig dadurch massiv profitieren. Es sollte viel Geld hier in den Markt fließen. Und jetzt kommt der ein oder andere, sagt wieder, hey, wir sind doch in einem restriktiven Geldzinspolitik-Umfeld. Wir drucken aktuell kein Geld. Leute, wir brauchen kein neues Geld zu drucken. Wenn wir uns anschauen, welche Parteien, welche Entitäten hinter diesen ETF-Anträgen stecken, wie unter anderem BlackRock und noch viele größere oder nicht größere, sondern viele große weitere Vermögensverwalter. BlackRock mit 10 Trillionen US-Dollar Assets under Management. Nehmt einfach mal 1% davon, rechnet einfach davon, dass in diesem Fall BlackRock eine Allokation, Reallokation seiner Assets durchführt und nur 1% dieser 10 Trillionen von Assets under Management in einen Bitcoin-ETF einfließen lassen wird, rechnet es runter. 10 Trillionen, 10% sind 1 Trillion, 1% sind 100 Billionen auf Deutsch, 100 Milliarden. Und das ist nur BlackRock mit 1%. Es gibt diverse weitere Vermögensverwalter. Und das für mich ist der neue, oder ist nicht der neue, sondern ist der Katalysator für den Start des Bullruns, Leute, der natürlich auch vor der Tür steht, mit dem Bitcoin-Halving. 87% bereits abgeschlossen, 189 Tage ist es soweit. Und Leute, alle sollten wissen, was nach dem Halving passiert ist, der exponentielle Uprun. Der Startschuss wird letzten Endes aus meiner Sicht dieser, oder die Genehmigung des Bitcoin-Spot-ETFs sein, die Tokenization von Assets, ebenfalls ein Megatrend für 2024. Und danach, Leute, der Bullrun ist nicht Ende 2024 vorbei, nein, der geht bis Ende 2025. Und bis dahin rechne ich auch mit einem Pivot der Fed. Und von daher wird dann auch wieder das makroökonomische Geld-Zins-Politikumfeld ein anderes sein, wodurch neues Geld auch wieder in den Markt kommt. Wir sehen es bereits, zum Beispiel in China, die neue Liquidität in den Markt pumpen. Von daher, Leute, tell me what you want. Und lasst es mich gerne wissen, wie ihr dazu steht in den Kommentaren. Doch abschließend gebe ich euch noch einen kleinen Hint mit dem Zaunfall. Wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen überlegen, wer letzten Endes ebenfalls daran partizipieren kann. Nicht nur Bitcoin, nein, auch ein spezifisches Unternehmen, Kryptounternehmen, eine Firma mit einem Aktientitel. In diesem Fall ist der Custodial, der Verwahrer dieser Bitcoins, nicht nur von BlackRock, auch von diversen anderen Vermögensverwaltern, Coinbase, Leute. Und in diesem Fall rechne ich stark damit, dass auch Coinbase immens daran profitieren wird. Wir schauen uns einmal hier den Coinbase-Chart an. Der Launch hier vom Nasdaq oder auf dem Nasdaq war letzten Endes in den Regionen von April 2021. Ihr seht, was passiert ist. Massives Beating hier für Coinbase natürlich auch mit dem Krypto-Bärenmarkt verbunden. Doch aktuell treten wir auch hier in eine Bodenbildungsphase ein. Und wir haben das erste Reversal hier bereits reinbekommen. Die erste Bestätigung in Form von einem Bruch des Trends mit tieferen Tiefs und tieferen Hochs hin zu höheren Tiefs und höheren Hochs. Und eine weitere Bestätigung in Form einer Sequenzaktivierung hier in hellgrün dargestellt. Eine Elliott-Welle, fünf Teile, der es werden kann. Hier in diesem Fall Ziel-Level 137 US-Dollar hoch bis 159 US-Dollar. Und aktuell befinden wir uns auf der Strecke B zu unserem Ziel-Level C. Immer wenn das der Fall ist und der Markt sein Ziel-Level C noch nicht erreicht hat, dürfen wir uns das sogenannte BC-Korrektur-Level ziehen, um den interessanten Wiedereinstieg hier für Coinbase herauszufinden. Und das habe ich bereits gemacht. Wir ziehen uns entsprechend das Fibonacci-Level von B-Punkt zum aktuellen C-Punkt und kommen dann auf unsere interessante Range 50% bis 66, 7%. Und wo steht der Markt aktuell da drin, Leute? Er verharrt, er konsolidiert aktuell hier innerhalb dieses Bereiches. Sehr, sehr attraktiver Bereich aus meiner Sicht. Hier eine Investition zu tätigen in Coinbase. Ganz wichtig, keine Anlageempfehlung. Hier auf diesem Kanal meine persönliche Trade-Idee, Trade-Erfahrung. Und das, was mir das SK-System letzten Endes hergibt. Doch ich gehe stark davon aus, auch aufgrund dieser fundamentalen, sage ich mal, Daten, dass Coinbase massiv profitieren wird. Und auch aus der Chart-Technik spricht einiges dafür, dass wir das Ruder rumreißen werden und von einigen Profiten hier rechnen können. Und das wäre es soweit erst einmal mit dem heutigen Video, Leute. Ich hoffe, ich konnte Klarheit reinbringen. Ich hoffe, ihr bereitet euch genauso darauf vor wie ich, was es letzten Endes meine aktuelle Investmentstrategie. Sollte es weitere Rücksetzer geben? Wie gesagt, Analyse findest du im letzten Video. Für dich auch gleich noch einmal kurz hier eingeblendet. Ich nutze jeden einzelnen Dip, um weiter meine Satoshis, meine Satz hier zu akkumulieren, Bitcoin zu akkumulieren in den Regionen von 27.4, 26.6, respektive dann erneut in den interessanten Regionen 25.7. Und das letzte Szenario, 24.2 bis 23.6, was weiterhin in play ist, ist eine massive Akkumulationszone meinerseits. So, das wäre es mit dem heutigen Video. Alles, was du wissen musst, hast du parat. Falls es dir gefallen hat, Like-Button smashen. Falls du neue bist auf der Crypto Wars, wir gerne das kostenlose Abo dalassen. Teil dieser geile Community werden und jede Menge rund um das Thema Crypto und Trading dazulernen. Euch wünsche ich jetzt einen wunderschönen Donnerstag, Leute. Macht's erstmal gut. Bis dahin. Ciao, ciao.